Kannst du jetzt bitte rausgehen? Meine Online-Konferenz geht gleich los. Hä? Da ist doch noch keiner fertig. Ist das dein Chef? Der ist ja noch jung. Er sieht aus, als ob er 20 Jahre alt wäre. Er ist Anfang 30, glaube ich. Echt? Schau mal hier. Das ist die Abteilungsleiterin in ihrer Küche. Die Arme ist total im Stress, wenn sie Homeoffice macht. Hörst du die Kinder im Hintergrund? Ja. Es hört sich so an, als wenn sie in einem Kindergarten sitzen würde. Ah, jetzt schickt sie die Kinder raus. Und hier, der schwarze Bildschirm. Das ist Tanja. Tanja tut immer so, als wenn ihre Kamera kaputt wäre. Also, die Kamera funktioniert? Ja. Sie tut so, als wäre ihre Kamera kaputt, damit sie nebenbei andere Sachen machen kann. Na dann, viel Spaß bei der Konferenz. Und mach doch noch einen anderen Bildschirmhintergrund an. Dann sieht es so aus, als würdest du am Strand sitzen. Gute Idee.